Warte mal, wenn es über Corona ist, ich will es nicht wissen, was. Nein, nein, das ist aber witzig, muss ich kurz hören. Ja, wo raus erstmal? Italien war doch krass mit 100.000 Infizierten, gell? Wo, Italien? Ja, Amerika hat jetzt schon 300.000. Tüsch, Alter. Der Lebo, haben wir an, Leute. Du hast jetzt aber Farmland markiert. Ja, mein ich ja. Sorry. Es sind, äh, vor uns sind zwei gelandet. Hey, Team, letzte Runde, okay, dann spielen wir mit Tim noch, aber Tim bleibt eh nicht so lange. Und nach oben, dann spielen wir nachher wieder weiter. Ja, Alter. Geh mal hier rein, Jungs. Hier in meine Richtung sind die irgendwo. Ein feindliches Team jagt dich. Ja, betrogen. Oha. Oha. Ich komm gleich, komm mal hier zu mir, Jungs. In das Haus. Komm schon, der. Mach dann die letzte Richtung zu, bitte. Hoppala, das war ich, sorry. Alter, ich dachte gerade, ey. Die kommen. Feindliches, persönliches Radar in der Luft. Es verfolgt die. Die müssen wir von hinten kommen. Warte, ich hab doch Herzschachs denn, solch Idiot. Da kommen sie nicht. Hier, in die Richtung, wo ich guck, 27 Meter. Kannst du oben die Zahl sagen? Habt ihr gerade die Tür aufgemacht? Nein. Nein. Ja, der müsste 18 Meter vor uns sein, Richtung 151. Ja, der eine pusht rechts von uns irgendwo. Ich glaub, der ist in dem Gebäude. Ich bin oben im Haus, wir verteilen uns. Pass auf, dass ihr nicht sterbt, Jungs. Edin, der ist Richtung 151, immer noch. Der alleine, Edin, warum bist du draußen, Alter, zur Hölle? Alter, ohne. Da ist aber noch einer. Das Gas nähert sich hier. War der? Ja, der hat die Tür aufgemacht. Das war ich. Nein, hinter uns. Danke. Oha. Hinter uns. Im Haus. Ja, hat mich. Ja, danke. Ja, über meine... Ja, f*** doch, Mann. Danke. Hält den einen ab, ich teilt noch einer. Der war hier. Das macht einfach keinen Spaß so. Der ist hoch, oder? Nee, ich hab ihn getötet, der war hier in der Küche. Achso. War der gleich tot? Ja. Oho. Ich komme. Schild geschützt, wenn du brauchst. Das bringt eigentlich so eine Scheiß... So, da sieht einer. Achtung, 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 irgendwo geht nach. Fenster gehört. Fenster war ich. Tüttel. Okay. Was bringt eigentlich so eine Scheiße? Markus, Sie liegen auch noch unten, ich wache, gell? Wo ist mein Herzschlag-Sensor? Wer hat den? Ich hab hier nicht. Ich hab eine Gasmaske. Hey, will jemand C4? Hier liegt C4. Jungs, warte mal. Wir gehen jetzt zum Einkaufswagen. Guck mal, wie viel gehört ihr mit der Achtung. Feigliches, persönliches Radar, ein... Ah, ich hab 14.000. Aber irgendjemand hat... Hier ist der Herrschlag-Sensor. Nee, du kriegst schon das Wasser jetzt wieder. Das ist Schildgeschütz hier. Fen. Halt, ich kauf. Ich weiß da hin. Ich kauf, du kannst Panzerplatten. Gebt mal ein bisschen Geld, dass ich mir auch Panzerplatten holen kann. Warte, komm. Hier. Boah, es leckt schon wieder. Es leckt. Ja, Mann. Markus, guck mal, die Waffe, wo ich jetzt hab, das ist die Stryker. Die ist richtig brutal, Alter. Die ist so eine kleine MB. Die ist unermalsstark. Hä, warte mal, ich hab drei Leute gekillt. Warum hab ich nur zwei Kills bekommen? Weil ich einen Kill bekommen hab, wahrscheinlich. Weil der in meine Mine reingelaufen ist davor. Der unten im Haus war, wo ich gestorben bin, oder? Ja, genau. Schauen wir mal jetzt. Der ist in meine Mine rein. Wo gehen wir hin? Wir haben einen Kopfgeldauftrag. Haben wir keine Aufträge? Oder haben wir gerade einen? Hä? Hier ist ein Flachgeldauftrag. Hier ist ein Flachgeldauftrag. Bei Lampo ist ein Flachgenauftrag. Alter, ist ja gar nichts, Alter. Ich will einen Kopfgeldauftrag kaufen. Die ist ja dicht. Komm, wir laufen mal. Hä, wo sollen wir jetzt hingehen, Alter? Ja, komm, wir laufen Richtung Lampo. Das werden wahrscheinlich die sein. Das trifft da hin. In dem Gebäude hier haben wir welche... Da unten läuft ein Auto. Oder ein LKW oder was ist das? Da unten. Die geht zum Einkaufswagen. Sollen wir die versuchen zu pushen? Aber wenn wir runterlaufen, dann geht es weiter uns. Ich habe einen markiert. Ich habe C4. Obwohl wir falsch haben, geht schon jetzt. Die haben jemanden reingeholt. Geht mal in Deckung. Komm, 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 die geht. Komm, 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 Jungs. Ladung wird platziert. Pantorberg. Reiner. Was, Jungs, komm. Ich habe beide. Einen habe ich. Jawohl. Sauber. Gefickt. So geht es. Hier sind noch zwei, zwei, zwei. Ab einen. Drei. Noch einer, ja. Oh, Mine. Oh mein Gott. Hast du ihn? Wie habe ich den in den Sasse? Ey. Ich hätte ihn gerade sehen sollen, Jungs. Bis hättet ihr sehen sollen. Oh mein Gott. Bis ins Leiden rein. Headshot auf ihn drauf. Ich wurde noch von... Alter, wie schön ist das hier? Hier waren wir noch nie, Alter. Jungs, die spielen gerade übel gut, Alter. Ich sage es euch. Ähm. Alter, die Waffe ist total so. Bei Farmland ist jetzt ein Waffendrop runtergekommen. Können versuchen, nochmal dahin zu gehen. Markus, du merkst, du merkst, schräg dich, wenn du dir am 16 ohne Visier spielst, nur mit dem Kim McCorn, dann bist du so schnell im Zoom drin. Zack, zack, scheiße, so. Ja, komm, wir gehen zu dem Waffendrop. Noch 67 Gegner. Hab alles. Habt ihr alle genau bei dir? Ja. Ja. Das ist keine Effizienz. Das ist Pussy-Spiel. Da unten ist ein Auto. Der kommt hoch. Oh mein Gott, oh mein Gott. Er sieht mich. Hast du dich gesehen? Mal, Alter. Einer ist ausgestiegen. Einer ist ausgestiegen hinter euch. Oh, ja mal, hier. Hinter mir. Der ist hinter mir. Hab ihn, hab ihn. Ziel ausgescheitert. Der ***. Oh, hinter mir. Oh mein Gott, eine Frage, Kupeln. Ja, die sind ausgestiegen. Komm rein, komm rein, komm rein. Hedi, komm hier rein. Ja, die sind da hinter dem Haus, glaub ich. Ja. Der ist eine Granate. Ding von uns. Hab ihn. Fertig. Perfekt. Perfekt. Der andere kommt. Hinter dem Abo liegt der. Schmeiß Granate. Der ist fest. Ich bin down. Hab ihn, K.O. Der ist K.O. Belieb mich mal bitte. Belieb mich mal bitte. Hab ihn, ist down. Jungs, Jungs, nicht den gleichen Fehler mal. Ihr habt gerade wieder beide gepusht, hintereinander zu dem Hingegang laufen. Ich hab dich. Ja. Wenn einer den killst, ehe die nicht gleich mitlaufen. Ja, gut, wir hätten uns absprechen sollen. Das war jetzt ein bisschen blöd. Ja. Aber ich habe nicht Team ausgelöscht bekommen. Ja, weil hier ist dann gut. Boah, hier liegt eine Grau. Weiß ich nicht. Den Autos, du bekommst noch weitergefahren, unser Ruf. Nee, das waren alle drei. Nein, nein, wir haben drei Stück getötet. Ja, gleich Spaß. Keine Ahnung. Jungs, pass auf, da waren welche, die wissen nicht, dass wir hier geballert haben. Waren da noch Panzerplatten? Ich glaube nicht, gell. Nein, der M16 ist so brutal. Markus, die Waffe ist ohne Visier. Musst du die mal ausprobieren. M16 ohne Visier. Ja, ich sag den Namen mal, die Aufschätzung dafür. Ja gut, ich bin ja noch nicht so weit mit der. Jungs, lass mal kurz hier an den Rand gehen, weil ich glaube, da kommen noch welche. Also nicht an den Rand, sondern hier an den Rand, sorry. Hier liegt doch genug rum sogar noch, Markus. Egal, trotzdem. Die, wo wir gekündigt haben. Du, ich habe gar nicht geteilt, mein Streifer dabei. Das Gas breitelt sich aus. Neue Sicherheitszeichen. Ja, die müssen hierher kommen. Ja, und wir müssen bei Lampa rein. Hier zwei, die Nupen, steht. EDI, links von dir kommen auch welche. Die kommen immer näher. EDI, komm mal hierher. EDI. Die kommen. Die sind nicht mehr weit. Komm mal hier ins Haus rein. Das Haus hier ist gut. Mach die Tür zu, wenn du drin bist, steht ihm. Ja. Wir dürfen nur nicht, wenn jetzt welche reingeholt werden, dass die die Waffen da unten bekommen. Da ist einer. Ich habe doch gefallt schon mit ihm. Alter, der Wichstum ist zwar der von vorher, Mann. Mach sein Fahrzeug. Mein Gott. Ey, ich habe ihn nochmal getroffen, der ist nicht gestoppt, Alter. Ja, lass den ganz alleine, der verreckt die. Da müssen wir jetzt kommen, Auto kommt. Das Gas kommt. Feindliches Fahrzeug. Ausgestiegen, alle ausgestiegen. Ne, ist doch nicht. Panzerbrake. Panzerbrake. Jetzt ausgestiegen, ist ausgestiegen. Pass auf, den Sniper. Ich habe ihn Panzerbrake, den Sniper. Jungs, die werden aber gleich gefickt, weil da kommen doch welche von links. Die kommen jetzt. Die kommen jetzt, oder? Die kommen jetzt, oder? Die kommen jetzt auf der Karte. Ja, nee. Ja, ja, da hätten wir. Doch, alle sind gefrochen und alle gestorben auf einmal. Ja, da rennen sie. Jungs, wir müssen auch in die Zone rein müssen. Wir müssen in die Zone kommen. Oh, ich habe einen gelegt über die Distanz, ey. Wir müssen aufpassen, wir dürfen jetzt nicht entdeckt werden. Zone kommt. Da hinten sind auch welche. Einer alleine. Kommt hier über links. Jungs, kommt, kommt, kommt. Edin ist schon wieder zu weit vorne. Edin, was kommt, da vorne. Da sind drei Leute. Ja, ich gehe rein. Einer, Vater, Volk. Oh, Jungs, Achtung, die sind genau hinter dem Haus. Zone. Wir müssen rein. Wir müssen, das wird jetzt lustig. Ich habe einen Panzer-Break, einen habe ich K.O. Oh, er hat mich, er hat mich. Ey, belebt ihr mich, oder soll ich mich selber beleben? Hab einen. Ich habe einen, ich hole dich, ich hole dich. Pass auf, die Zone kommt. Also gleich rennen. Oh, da kommt noch mal zwei. Oh mein Gott. Jawohl. Sauber, das war sauber. Also, ihr habt nicht gerade den Arsch gerettet, Markus. Hättest du mich beleben? Ah, ja, ich versuch's. Hey, ich mach's, egal, scheiß drauf. Ne, 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 ich komm. Ne, es lohnt sich nicht, das. Ah, ich komm nicht rein, wegen Zone. Richtig, komm mal hier rüber. Ich lieg hier, was machst du? Ich hab dich. Bleibst mitten auf der Mauer stehen, Bro. Okay, muss kurz. Erwägst Gebäude. Wollte wohl auf der Seite pushen, auf einmal, kam noch mal ein Team, Alter. Jungs, hat jemand MP-Munition? Bleib erst mal hier. Äh, ja. Hat jemand Sturmgewehr-Munition? Komm mal her. Hast du mit Sturmgewehr-Munition? Ich hab genug MP. Da. So viel brauch ich nicht. So, reicht mir. So, wir sind jetzt halt ein bisschen zu offen. Ah, Jungs, hier drin ist scheiße, Alter. Ja, wir sind jetzt wahrscheinlich sowieso viel zu offen. Das ist das Problem. Warum geht's? Weil wir jetzt über das offene Feld laufen müssen. Da ist doch nichts offen, Alter. Da sind noch überall Hindernisse. Und die Zone geht auch nicht weit durch. Die geht hier bei uns in die Linie. Ah, ja, dann lass es ausprobieren. Da vorne sind jetzt welche? Markus, Zone, wir können jetzt noch hier chillen. Die sind noch 17, die sollen sich bekriegen. Jetzt können wir echt bis jetzt chillen. Überleg, ob wir links an der Zone entlanglaufen oder rechts. Wir werden von der Drohne nicht gesehen, weil wir haben Ghost, gell? Nee. Jungs, ich würde links an der Zone entlanglaufen. Kommt mal mit. Wenn du schon mal das erste Hindernis, wo wir uns verstecken. Ja, hier lang. Ich würde jetzt über links laufen. Jetzt sehen wir ja gleich, wo die Zone ist, dann können wir rein. Weil hier sind noch Häuser mehr. Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone markiert. Jetzt langsam laufen. Das ist ein Aufpass, dass die nicht im Haus sind. Die sind noch 15. Die können jetzt in jedem Haus sein. Die können hier sein. Können da sein. Wenn ihr am Fenster sind, Jungs, die ficken euch da, wo ihr gerade lauft. Lauft hier. Dann laufen wir mit der Zone. 20 Sekunden halt. Ja, dann müssen wir echt nach vorne. Ich bin hier am Zaun. Wir haben Zeit, wir haben Zeit. Es sind immer noch 15 und 7 Teams. Ich verstehe nicht, warum die sich jetzt nicht bekriegen, die Wichser. Weil alle schön. Jene versteckt sich jetzt. Weißt du, was es gleich für ein Gemetzel geben wird, Alter? Zone kommt. Wir müssen. Jungs, sie haben die Hauswand. Ich gehe rein, wenn ich bleibe. Schnell in die Sicherheitszone. Pack, ich komme da nicht rüber. Jungs, langsam, langsam, langsam. Wir sind jetzt am Rand. Ist es denn im Haus wie jemand? Ich glaube nicht. Sollen wir ins Haus? Safety, verstecken sich in irgendwelchen Ecken, Alter. Zone, Mike, Zone hinter uns. Ja, ich weiß, wir müssen rein. Kommt ins Haus rein. Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone wird markiert. Oh, die Zone wird brutal. Am besten, wir gehen von rechts, oder? Ja, da ist jetzt... Luf, komm mal zu mir. Hier ducken, Deckung geben. Die können da in jedem Haus sein. Guck mal, hier ist perfekt. Hier können wir links vorbei. Der rechts. Guck mal, wir halten uns genau aus. Die ganz am Rand sind. Da bei dem Geschütz in welchem... Nein, 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 nein. Aber ich habe sie gesehen. Jungs, ihr müsst kommen. Wir müssen hier weg. Ja, Zone, Zone, Jungs. Zone. Hier krabbeln, hier krabbeln, krabbeln, krabbeln. Runter, 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 runter. Einfach runter. Ich gehe hier in das Gebüsch. Herzschlag-Sensor sagt nichts. Alter, wo sind die? Die kommen links von uns. Mike, die sind genau hier. Einer down. Warte, es passiert einer. Eben, bei dir kommt einer. Das schaffen wir. Oh, fuck, ich bin tot. Nein. Ah, Mann, Alter. Du, F***, Kronen. Seht, da ist genau einer. Passiert rechts an der Wand. Ab zwei. Jawoll, Markus. Mach ruhig, Jungs, mach ruhig. Das schafft ihr. Hier unten kommt nämlich auch noch einer. Das ist das Problem. Halt dich mal, Markus. Markus, tschüss, Markus, tschüss. Markus, zieht doch dich. Ich belebe mich selber. Die sind jetzt zu dritt. Nee. Markus, geh in Deckung. Du musst in Deckung. Ja. Da ist ein Haus drin. Jawoll. Noch einer. Jungs, noch einer. Oh, Mann. Der muss unten sein. Oder hinter euch mit Gasmaske. Wo ist der, F***? Unter. Mach ich nicht genau so. Waaaaaah. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ey, ich glaube, also. Wir haben es einfach geschafft. Oh, mein Gehütter. Alter, was für eine geile Runde, ey. Hey, Markus, ich bin gestorben, weil der eine an der Hauswand lag, der F***er, Alter. Ich weiß nicht, Markus hat den F***er, ey. Der war genau neben Edin. Ich weiß, ich habe ihn gesehen. Alter, dicker, mein Herz schlägt so heftig, dass ich Kopfweh bekomme. Ich schaue mein Sauch, Alter. Ja, normal, Alter. Aber jetzt haben wir wenigstens mal gewonnen, hä? Ja, der Tick ist gewonnen. Alter, Abminde! Lass mal die Runde durchlaufen. Ich will das sehen, wie viele Punkte ich habe. Ja. Ey, Edwin, wir spielen dann mit Tim. Ich lasse ich nachher nochmal rein, okay? Ja. Ich bin wartet, Tom. 29.000, nicht schlecht. Ich habe 22.000. Also, ich gehe raus. Ich bin wartet, Tom. Untertitelung des ZDF, 2020